hallo schönen guten morgen wir sind heute bei der stadt saufilippe hier auf der insel fogo und heute geht es zu einer stadtführung hier auf diese wunderschöne stadt saufilippe saufilippe ist eine sehr bekannte stadt für den sobradus die herren häuser die hier gibt es im oberfluss hier gibt mehr als 51 sobradus oder kolonial häuser in kolonial bauweise saufilippe ist auch eine der wärmsten stadt in der cavern hier ist so warm scheint die sonne die ganze jahr über diese stadt die hauptstraße hier auf der stadt wurden ja hier vor kurz renoviert sehr schön sehr schöne straße die hauptstraße zwischen dieser stadt und man sieht tolle aussicht jetzt was für eine tolle stadt ist saufilippe jetzt schau mal was hier gibt's los geht's